Die ganze Zeit, seit wir hier sind, hast du noch nichts getrunken. Wirklich komisch. Wie lange sollen wir noch hierbleiben? Noch ein kleines bisschen. Hey John, Sie müssen schon eine Menge Leute getroffen haben, die wirklich groß sind. Ja, das habe ich. Wenn Sie einen Mann kennen würden, der genau weiß, was er will, der tough ist, könnte der auch vielleicht mit wenig Geld ins große Geschäft einsteigen? Sicher, das ist kein Problem. Haben Sie sowas früher auch schon gemacht? Das habe ich, schon einige Male. Ich habe auch mal klein angefangen. Man muss nur überzeugt von sich sein, dann hat man auch Erfolg. Du bist nicht zufrieden mit deinem Leben, ja? Weil du kein Geld hast. Hallo, kann ich euch Jungs noch was zu trinken bringen? Oh nein, sorry, wir sollten jetzt besser gehen. Verschwinde von hier, du Schlampe. Ey, was ist los? Was habe ich Ihnen getan? Ich habe gesagt, du sollst verschwinden. Halt dich fern von den Weibern, Charles. Sie sind sehr grob zu Frauen. Weißt du, wann ich geboren wurde? 1897. Ich musste schon arbeiten, da war ich erst zwölf Jahre alt. Zwölf Jahre alt und zwölf Stunden am Tag. Und weißt du auch warum? Weil meine Mutter Alkoholikerin war und das Geld für den Schnaps brauchte. Und wenn ich mal krank war, hat sie mich geschlagen. Ich konnte aber nicht arbeiten, weil ich krank war. Sie aber war so besoffen, dass sie das nicht mal gemerkt hat. Gib dich nie mit Weibern ab. Du hast ein Problem, ja? Wegen wann? Ich sag dir nur eins, Churchy, die Weiber machen immer Probleme. Was ist mit ihr passiert? Mit ihrer Mutter? Sie war meine Mutter, ich habe sie geliebt. Obwohl sie mich oft geschlagen hat. Aber das Schlimmste war, dass sie mich nicht geliebt hat. Deswegen liebe ich jetzt das Geld. Aber Geld kann Liebe nicht ersetzen. Eines Abends, ich kam nach Hause von der Arbeit. Sie war wohl wieder betrunken, ich weiß nicht. Wir wohnten im zweiten Stück. 33 Stufen. Die Treppe hatte 33 Stufen. Ich habe sie mal gezählt. 33 Stufen. Sie lag unten am Fuß der Treppe und sie sah aus wie ein Bündel schmutziger Wäsche. Wie ein Bündel schmutziger Wäsche. Bündel schmutziger Wäsche. 24 Stufen. Das war's nicht mehr für ihn, oder?